Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Von Under Armour habe ich für euch aus der Cold Gear Serie das Langarm Shirt. Die Kombination aus kompressionsähnlichem Schnitt und etwas dickerem Cold Gear Material machen die Cold Gear Serie zur idealen Funktionstextilie bei kaltem Wetter. Kompressionswirkung bedeutet für den Sportler verbesserte Durchblutung, dadurch steht während der Belastung mehr Energie zur Verfügung und anschließend ist auch die Regenerationsfähigkeit erhöht. Leichte und schnell trocknende Materialien mit hoher Elastizität sorgen einerseits für ein perfektes Klimamanagement und für gute Beweglichkeit. Um übermäßiger Sonneneinstrahlung zu entgehen, wurde dieses Shirt mit einem hohen UV-Schutz ausgestattet und die sogenannte Odor-Technologie sorgt dafür, dass übermäßige Geruchsbildung erst gar nicht entsteht. Als besonderes nützliches Feature besitzt das Shirt noch einen Reißverschluss, der mit einer Reißverschlußtasche versehen ist und somit unangenehmen Druck am Hals vorbeugt. Ja, wer viel an kalten Tagen unterwegs ist und auf Kompressionswirkung nicht verzichten möchte, der ist mit der Cold Gear Serie von Under Armour bestens bedient und ihr bekommt sie in allen Runners Point Filialen oder gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com.